Der Markt ist schon sehr speziell aktuell. Der DAX, nachdem er so runtergebrochen ist, kommt er nach oben. Und der amerikanische Markt schießt sogar nach oben. Also wer sich das angeguckt hat, der Dow Jones nahezu wieder auf dem gleichen Niveau, wie wir vorher schon standen. Also beste Voraussetzung eigentlich für ein schönes Wochenende. Zumindest mal das, was wir aufgegeben haben im amerikanischen Markt, das scheint mehr oder weniger vergeben und zu vergessen. Also nichts mehr nach unten getriggert. Im Gegenteil, der Markt in die andere Richtung, nach oben unterwegs und fast wieder auf dem Ausgangsniveau. Gute Voraussetzung. Der DAX ist ebenfalls nach oben gegangen, aber wer genau hinguckt, der sieht mit einem Blick, das ist anders das Bild. Während der amerikanische Markt mit einem Pinselstrich hochgegangen ist, hat der DAX gesagt, ich versuche es mal mit Wackelei. Und das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass das nicht die starke Richtung ist. Sprich, dass die Abwärtsseite die überwiegende, die überragende, die gültige ist quasi. Und dass die Aufwärtsseite im Moment einfach nur eine Korrekturbewegung ist innerhalb der Abwärtsbewegung. Wir also davon ausgehen müssen, dass wir, sobald wir nach unten Zwischentiefs triggern, eben noch deutlich mehr Schub nach unten zu erwarten haben. Im kurzfristigen Chart, Viertelstunde beispielsweise, sehen wir, dass auch der ganz hinten rechte Rand ziemlich zügig unterwegs ist. Und wenn wir jetzt auf kleinere Ebenen ein bisschen hoch wackeln, da freut sich auch der Intraday-Trader darüber. Denn er kann dann hier auf der Nachmittagsebene vielleicht nochmal die Short-Seite spielen und hat im Kleinen die Möglichkeit, sich reintriggern zu lassen und dann länger vielleicht sogar nochmal mit dabei zu sein. Wie passt das jetzt zusammen? Amerika positiv? Europa oder zumindest mal Deutschland so negativ? Geht das überhaupt? Naja, klar geht das. Das passiert sogar häufiger, als man denkt. Man sagt immer, ja, wenn der DAX steigt oder umgekehrt, wenn der DAO steigt, steigt auch der DAX. Das mag schon sein, aber es ist auch eine Frage des Ausmaßes. Wenn der DAO nach oben explodiert, kann es sein, dass der DAX zwar auch steigt, sehr realistisch, aber eben vielleicht nur harmlos. Und wenn der DAO ein Päuschen macht, ein bisschen runterkommt, dann ist es schon denkbar, dass der DAX die gleiche Richtung hat, allerdings dann mit einem deutlichen Schub. Also es muss nicht notwendigerweise den gleichen Verlauf nehmen. Aber das sagt Ihnen natürlich auch schon die Historie, wenn Sie mal auf dem Chart gehen und beide vergleichen, dass der Chartverlauf nicht immer notwendigerweise der gleiche sein muss. Für heute also beim DAX eher die Short-Seite überwiegend. Ich würde dort eher nach Shorts suchen. Beim Dow Jones würde ich gucken, ob wir jetzt wackelig nach unten kommen, vielleicht im Laufe des Nachmittags. Dann wäre das ein schönes Zeichen, um nochmal lang zu gehen. Ob ich das über das Wochenende tragen mag, ist immer so dahingestellt. Ich sage es ganz ehrlich, ich werde das wohl nicht tun. Aber vor dem Wochenende nochmal einen Traitor zu platzieren, ist nicht die schlechteste Idee möglicherweise. Heute Nachmittag, 16 Uhr, der Uni Michigan, ich muss jetzt lügen, ich bin ziemlich sicher, Index kommt dort raus. Gucken Sie nach, 16 Uhr, 98 ist die Erwartung, 98.2 war es zuvor, also leicht fallend. Und das kann auf jeden Fall gegen 16 Uhr da für eine deutliche Bewegung im Markt sorgen, wenn wir dort eine deutliche Abweichung haben. Also da nochmal drauf gucken. Und schlussendlich auch nochmal drauf gucken, vielleicht auf Gold. Denn wir haben hier ein Muster, was jetzt mehrmals schon vorgekommen ist, nämlich Schubrichtung nach oben, wackelig runter. Wir hatten es vor kurzem erst angesprochen. Jetzt wieder Schubrichtung nach oben, aktuell wackelig runter. Wenn er wieder was triggert auf der Nordseite, ich muss den Begriff trigger, das werde ich nächste Woche ganz sicher nochmal bringen am Chart. Ich weiß nicht, wie das aussieht, aber gucken Sie sich das selber nochmal an, vielleicht kommen Sie selber drauf. Beim Gold hätten wir zumindest mal übergeordnete Ziele bei 1.500 auf jeden Fall. Ob es dann sogar noch mehr wird, werden wir sehen, aber bis dahin sehe ich mal ganz gute Chancen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass Ihr Zug noch nicht abgefahren ist, dass Sie ja bald ins Wochenende kommen und vorher noch ein paar schöne Trades hinbekommen. Bis demnächst, alles Gute, Tschüss.